erhält einen plan für ein upgrade das ist ja schön und haben wir hier korosal keine maria statue hier sind zwei stück gleich malhin gleich malhin weil angeblich soll ja bei diesem maria links da der schatz und einen riesen schatz sein das will ich auch hoffen da müssen mindestens 100.000 rausspringen stufe 38 hier sind jetzt aber ganz schön geräte war so dann machen wir da hin fahren segeln wie auch immer uns die beiden maria statue holen und dann muss ich mal scharf nachdenken beziehungsweise können wir erstmal auf der karte gucken moment hier unten ist auch noch eine insel oder eine tauchglocke hier ist auch noch eine tauchglocke die keinen plan enthält also theoretisch sind es die letzten zwei maria statuern was ich irgendwie nicht loben kann schauen wir mal lassen wir uns mal überraschen so mal gucken ob wir da irgendwie rinkommen so mal gucken eigentlich sind die schiffe nicht in meine richtung so ich dock jetzt hier einfach mal an jetzt segelreffen raus aus der böse jetzt segelreffen raus aus der böse reptenmänner ramsegel einholen segel setzen ram und marssegel fest surren komm segel aufgai haupt segel berg kapitän mehr so kapitän ist außenbord kapitän ist außenbord kann das manchmal sein dass das doch ist richtig ok so holen wir das mal aussichtspunkt und dann sehen wir weiter der ist bestimmt da ganz oben war ja hab ich mir doch gedacht aha oh jebs naja die durften eigentlich nicht akku sein auf mich da schon die erste oder so wie kommt man da hoch okay da kommt er nicht ok so und dann müssen wir da rüber hier genau so hier mal so den hier und dann den hier cooler ort sieht schick aus muss man ja mal sagen so wo haben wir sie da sehen und da sehen und hier sind noch tun können wir noch mitnehmen die müssen da unten drin sein irgendwie gott wahrscheinlich hier oder hohoho hier sind die millionen drin naja schweigen wir mal drüber war mit den millionen äh ja bin ich sehr gespannt was das für ein schatz ist bei den bei diesem maya tor cool ist dass die so entspannt sind hier war also ok jetzt bin ich immer um sonst rum hier laufen öh öh wie komm ich da hoch öh 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 da hinten ja du mach noch ein schlüsselstein meyerstein 1 also die gesamte zahl war die wir interessant ja schon easy peasy zack zack nicht lange aufhalten so die konjunktur so sein war so dann geht es nur so bin die ganze zeit beim nachdenken wo diese insel ist noch ein schlüsselstein ich weiß es nicht so komponieren schiffchen wo ist unser schiffchen da oder hier zurück zum schiff so ok hätten wir die insel auch abgearbeitet und ich weiß nicht wo diese insel war meine ich bin mir ziemlich sicher dass die nicht nicht auf unserer insel war aber wo wartet prinzip keine ahnung ob der da war in der hauptstadt war nicht das wiesig das war eine kleine pipi insel aber aber naja gut okay wir wollten ja sowieso erstmal erstmal noch mit hauptmission weitermachen und werk jetzt auch machen wo sind wir denn überhaupt hier waren war ok dann fahren wir einfach mal dahin die kann ja einfach mal spontan nebenbei gucken wo diese maya statuen sein sollen also nicht die maya statuen sondern wo man die einsetzt wo kommt man denn hier raus drücken gerade mal ein bisschen leiser einfach mal um zu gucken wo das oder mal denn hier alle für schiffchens so 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 amount so aber ich kann ja mal spontan gucken 16 gibt es mal kurz kurz die karte aktivieren also 16 stück gibt es davon ist ja schon mal eine interessante information und ob ich alle habe keine ahnung 70 405 70 muss ja denn 405 wird es hier aber auch gerade viel mehr interessiert mich ja wo ich die einsetzen muss cat island waren wir glaube ich zuerst wie es ich wo cat island ist ja ist egal machen wir irgendwann das ist jetzt nicht so wichtig wir wollen ja endlich mal mit der hauptstory weitermachen so bin gespannt blackbarth schachzug schachzug